Ich bin jemand, der gerne viele Dinge gleichzeitig macht, das heißt, ich kann auch sehr gut mit verschiedensten Themen gleichzeitig jonglieren. Es gibt mehrere Dinge, die ich auf der Arbeit gerne tue, die ich genauso gerne zu Hause mache. Das ist insbesondere das Lösen von technischen Problemen, das heißt, ich baue gerne Dinge zusammen, ich probiere mir Problemstellungen zu überlegen, die ich in irgendeiner Form lösen kann. Mein Name ist Thomas Waffelsiefer, ich bin 33 Jahre alt, seit acht Jahren bei der VAD als technischer Projektleiter und Berater unterwegs. Aktuell arbeite ich für das VAD Test Framework, das ist eine Software zur Automatisierung von Software-Tests. Das VTF verbindet verschiedenste Technologien miteinander und die große Herausforderung dabei ist eigentlich, dass wir versuchen, das alles unter eine Haube zu bekommen, ohne dass der Anwender tatsächlich mitbekommt, wie wir die einzelnen Technologien steuern. Es gibt keine Gebrauchsanleitung für den Job, daher muss man eigentlich herausfinden, wie man die Probleme angeht bzw. wie man die Herausforderungen löst, die beim Kunden anstehen. Ich mache ungern immer das Gleiche, ich arbeite gerne an verschiedensten Plätzen, ich kann mobil arbeiten in der Bahn, ich kann von zu Hause arbeiten und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil mir das Ganze einfach auch neue Eindrücke und neue Ideen verschafft. Der Standort Dortmund ist ja noch ein recht neuer Standort und die VAD verfolgt mit dieser Niederlassung das Ziel, dass wir uns sowohl weiter in Nordrhein-Westfalen vergrößern können, aber eben trotzdem den regionalen Charakter behalten können, den wir bereits haben. Der größte Erfolg, den ich miterlebt habe bei der VAD ist, dass wir aus dem VTF, aus einer kleinen Software, die eigentlich nur in einem Projekt tatsächlich angewendet wurde, ein vollwertiges Produkt gemacht haben, das beim Kunden verkauft werden kann. Musik ist für mich etwas Besonderes, weil man Gefühle noch mal anders ausdrücken kann, als nur über Sprache. Musik ist für mich ein Ausgleich von Sachen, die vielleicht mal in der wirklichen Welt nicht so gut laufen und wo ich mein Ventil finden kann. Musik ist für mich wichtig, dass wir weniger versuchen, uns auf reines Geldverdienen zu fokussieren, sondern gemeinsam Probleme lösen. Die VAD als Unternehmen ist, glaube ich, nicht wie jede andere Unternehmensberatung. Wir haben einen sehr menschlichen Umgang. Hier wird nicht nur auf Leistung geguckt, sondern es geht insbesondere einfach um sowohl die Technik als auch den Spaß an der Arbeit und die Gemeinschaft, die dahinter steht. Musik 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 Musik